hi mein lieben umgekommen zurück zu einem video was für eine ansag ich sagen wollte ich mache heute die nächste folge von salomon ich schaue jetzt nicht nur die sache weiter an damit bin ich immer fertig und ja ich würde sagen dann mache ich eh schon weiter mit der folge weil bei sarahs folge bin ich also bei der dvd von sarah bin ich eh bald fertig und ich und die oma schauen es dann und dann mache ich die nächste folge von salomon und für mein schatz sie es ist egal wenn du siehst aber bekommst dann erst wenn es ist nachträglich vielleicht morgen oder so bekommst du schon vorher wenn wir sehen aber hab für ihn ein label besorgt von pokémon falls du siehst ludwig wirst aber ich wollte es einfach den anderen mal zeigen was ich dir schenke und ja ja ich würde sagen das war's und wir sehen uns dann mit einem neuen video in der salomon folge bis dann eure panik und rucka tschüss